Ich bin in der Oberrache! Ich bin in der Oberrache! Ich steig mir Orten und Bänder! Wo Engel liegt ein? Ich bin in der Oberrache! 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 Ja! 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 Mest du jetzt? Mest du? Ja! Ja! Das Heuerbettchen ist ganz nah, Daddy! Ah! Daddy! Ah! Nein! Nein! Das bin ich. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Tja, du warst ein Tipsy-Forscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside! Hallo, Subject Delta! Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich seh's schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht mit tonnenweise Geld im Gepäck. Schönen Tag, ich bin dein Baby! Keine Haube! Für Eleanor und für die Familien! Diese Scheißdinger funktionieren nie! Niemals! Ist da mehr? Das hat keine Haube! Das ist eine Haube! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott! 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 What is this?